Drei Sekunden. Ah, Neustart. Ich mach Neustart auch noch. Jetzt, jetzt muss ich. Ja, jetzt geht's. Bist du da? Ja. Scheiße. Ah, Fehlstart. Ja, das ist gut. Jetzt ist Solo an. Okay. Okay, okay. Ich würde dir alles mitnehmen. Ah, die letzte Folge, wie wir Panic alles gecraftet haben. Ja, mir. Aber egal. Das war schon irgendwie komisch. Aber das ist gut. Was? Lass wieder... Ne, ne. Lass einfach hier runter. Ja. Ah, weiter gehen. Hey! Was? Hast du das? Ich glaub ja. Das war mir. Ja, 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 ja. Oh, die Shit. Ich dachte schon, so wie die Wärle ist. No matter. Ich glaube, ich höre nochmal Lava. Oh, das ist die von hinten. Kann auch sein. Guck mal hier, das Eisen unten drunter. Ja. Ja. Ich bin noch in der Seite. Ich habe eine Tür für Höhle, für Wasser und so. Ja, davor habe ich Wasser gehört. Sollen wir da wieder zurück oder nicht? Ja, dann geh mal zurück, oder? Ja. Ja. Pass auf, Junge. Bau nicht bei mir auf. Du musst mal wissen, wo das ist. Ja, mach deine Blöcke hoch. Lautstärke. Ja. Der Lapis haben wir noch nicht genommen. Ich hab's. Ich hab einen Halbenstack. Okay. Ja,Die gescheitert. Ja. Also hier hast du jetzt auch. Ja, ein paar Räser. Ja, das ist da weg. Ja, paar Tage wieder rum. Ich hab nur einfach hoch. Letztendig ja was. Was nicht hoch, warte. Ja hier, genau. Ein bisschen zur Seite oder so. Ah, ich hab's. Komm mal zu mir. Oh, Minenshaft! Warte, warte, Hobi. Wo bist du, Alter? Warte, komm einfach zu mir hier. Ah, hier. Ich glaube, ja. Du, Minenshaft, let's go. Halt's ab, Junge, let's go, man. Du weißt du, das ist ein Warhol, Alter. Richtiger, pop-up. Hat hier ist Wasser, ich nehm das. Könnt ihr? Hast du die Workpatch genommen? Wir können keine Workpatch. Ich hab 16 Holz. Ja, ne, eigentlich Minenshaft haben wir hier schon Holz, passt schon. Stimmt, stimmt. Let's go, let's go. Ich hab hier noch ein Wasser, nice. Ich nehm das, ich nehm das von hier. Ich muss Scheiße wegschmeißen. Oh. Oh, die Lava hat hier einfach ausgebleibt. Was? Junge. Schreck dich nicht. Hauptsache, wir haben jetzt beide Wasser. Wie geht's? Du bist schon bei Minenshaft, oder? Ja, ich geh gleich hin. Ja, ich bin auch da. Hier ist Höhe 12. Ja, das ist stark. So, hier könnten auch gute Diamonds sein. Ja. Das ist Korion. Das ist Korion. Ja, das ist Höhe, ja. Äh, du brauchst die Spinne jetzt ab, ne? Ja. Perfekt, ne? Boah, das ist ja ein legit Jackpot. Alter. Wir haben Eisenschaden, okay. Komm mal hier runter zu mir. Ich würde auch so schnell wie möglich, ähm... Äh, Sharp 3 und Power 3 machen. Damit wir einfach keine Level erreichen wollen. Ich hab hier jetzt schon 15, wir können, glaub ich... Da muss ich schon Sharp 3 machen, und so. Ja, wir können so fucking hunten gehen. Wo sind die Chests? Geholt noch mal. Hier ist ein... äh... Ich bin ein Spinner, aber... Ungefähr das Maragde, ich finde. Vor vier Stück. Ich hab gar nichts. Gute 10 Minuten. Das ist Folge... ...3, ne? Ja. 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 Die Salminschaft ist fucking riesig. Ich hab schon in eine Kiste gefunden. Let's... let's hoff. Bruh. Melonseeds. Let's go! Let's hofft? Ja. Oh mein Gott, okay. Ein Stück, Alter. Junge, wenn wir nicht stacken. Junge. Wenn jetzt noch ein Bücherregardings kommt, dann aber... Boah. What the fuck. Wenn wir nicht stacked sind jetzt, Alter. Oh, da wird doch... Ach du Scheiße, Junge. Ich mach überall so Steine hin, wo wir schon mal... ...nach zu blockieren. Ja, smart. Da ist noch ne Kiste. Vergesst dich. Sorry laisser. Ich Hauptmehr nicht. Ich Dream pratique. Du laberst. Doch! Oh mein Gott... Let's go this Pumpkin Seeds braucht man nicht, gell? Sattles auch nicht Schapes 3 Buch, I take it Oh mein Gott, was ist denn das? Junge, I take it In my pocket, man, gib mir Krass Ey, wir sparen uns so viel damit Das ist ja insane Das ist halt echt krass Das sind Lacken wir immer haben Fuck, ich hab keinen Eisen mehr Ich hab halt 1 Steaks Steaks Läuft Junge Ist so hell hier Ich überleg grad, wie man diese Healpots macht Mit den Manageds Ist noch nie genug Ich weiß, ich selber nicht Weil ich die noch nie gemacht hab So, ich brauch so einen Bar Crazy, man Boah, das ist insane Ist halt soo huge jetzt Ich nehm auch die braune Pilze Ich glaub, fermentiertes Shit kann man damit nehmen Ist gut Oh Gott Oh Gott Fast ins Laberloch gefallen Fast Passt mir auf, Alter War nicht den gleichen Fehler Boah, Gold nehm ich auch richtig gerne Ich hab... Oh, what? Ist einer Lass mal die wieder treffen, oder? Ja Jetzt, wir haben so einen krassen Lead Ich will's echt nicht verlieren Äh, wir sind so stacked Also wenn wir das jetzt jemanden geben Die haben's einfach schon Was ist noch meinen Namen? Ich seh' ich nicht Ey, ich komm gleich Lass aufs weiter weg Ja, genau Okay, ich bin nicht mehr bei Minenschaft Ich bin jetzt bei Minenschaft Ich bin jetzt bei Minenschaft Bühne Böre Ab Das gehen wir Ab 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 Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Hier in deine Richtung. Hat hier so viel Gold. Ja, ich hab auch nochmal Gold. Richtig geil. Gold ist halt auch richtig nice. Ich glaub das erste mal, dass es nicht an Goldtäpfeln mangeln wird. Glaub ich. Aufschlitt. Naja, kann schon nicht sein. Ich hab jetzt schon 22 Volt. Noch 6 Minuten, lass schon mal so ein bisschen trafen. Jep. Kommt dahin, wo du mich gesehen hast. Ja, ich geh, ich bin noch in der Richtung. Ich geh jetzt auch back. Jetzt hab ich keine Dias mit. Die mussten nur Dias sein. Ja, bei den Höhle hab ich noch keine Dias gesehen. Ja, ich auch nicht. Vielleicht muss man sich beschweren. Ja. Ja. Ja, ich hab schon eine volle Rüstung. Okay, von hier komm ich glaub ich. Äh, hier bin ich gekommen. Lass mal hier zu machen. Warte. Ich tob rechts. Sonst fehlt. Brauchst du Essen? Ne, oder? Du hast genug, Jünger. What? Also was war immer? Hä? Das war schon. Was? Hab ich denn da war geplaced? Ne. Dann gib doch. Warte, ernsthaft? Oh, Leute, ich hab mich hier, die jetzt ein bisschen. Ernsthaft? Nein. Geil, wie viel? Eins, zwei. Ich war schon mal auf sie, ja. Zwei Stück, ja. Wach. Ich glaub wir machen jetzt schon noch, äh. Ja, wären noch vier Minuten. Schade, ja. Schade, ja. Oh, es sind richtig viele alleine. Ja, die Sachen müssen wir treffen. Schade. Schade. Ach. Äh. Sechs Prozent. What? Oh mein Gott. Ich kann schon töten. Jünger, ich brenne. Hast du Wasser? Komm. Ja, komm, ja. Komm mal, komm. Ich will den Goldhauer. Oh mein Gott, Junge. Mein Wasser verschwindet einfach. Ja, hol dir da noch. Mach hier, äh, Eisen holen noch. Ich wollt echt nicht den Goldhauer holen, aber ich hab fast gemacht. Aber du hast ihn noch, ne? Ja, das kannst du mal bei mir sehen, Alter. Wie komisch. Ich hab Obsidian abgebaut. Nochmal dirs. Äh. Noll, nochmal dirs, ich auch. Nice. Wo Obsidian habt, man? Oder hast du schon? Nein, hab ich nicht. Deswegen geht's. Okay. Ich mach's ja jetzt. Ich mach's jetzt. Ich baue jetzt hier Clear ein, Obsidian 3, ja. 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 Ja, jetzt schaff'n wir noch. Ja, muss drin sein. Ja, ich schaff'n es drei Buch. Let's go. Ich glaub, wir können sogar Schaff'n hier machen. Oder wir machen's auf'n Bier Schaff'n, ne? Könnt' ich halt auch machen. Wir müssen ja noch überlegen, ja. Ich brauch Goldapfel jetzt. Oh, ne. Gib mal eine Goldapfel. Warte, warte. Hast du nicht mehr? Ja. Ich hab' ja alles gegeben. Nee. Du laberst. Ah doch, 22. What? Oh, ne, 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 Zeit. Wann hast du mir die gegeben? Ich hab's nicht mal gecheckt. Wann hast du mir die gegeben? Ich weiß noch nicht. Ja, wo du craft'n wolltest. Da haben wir ja gepanikt. Ich hab' fünf. Oh mein Gott, ich brauch' fünf Obsidian. Wo bist du, wo bist du? Äh, hier. Okay, ich wundere, ich mach' Hast du alles? Ich mach' das. Genau, perfekt. Zwei, die das gerade machte. Okay, enchanter hier. Okay. Wir können Bücher machen. Wir können was für dich. Äh, warte. Was neu? Lass erstmal Eisen Shutter vor drei. Äh, Shutter drei. Okay. Neuer Eisen Shutter. Ja. Kann's auch benutzen eigentlich. Ist's echt egal dann? Äh, für's... Also später ist's halt nicht egal, aber... Ja, also, ich mein' jetzt. Also, ist es nicht mehr Level oder so? Nee, nee. Okay, warte. Ich mach' vier Stück. Ich mach' einen Bus, ne? Ja, gut. Machen. Okay, steht. Nee, zwei. Also, hier. Shop. Okay. Firespeck ist salopp, oder? Ja. Okay, hab' schon mal Shop 3. Bogen mach' ich immer jetzt. Zack. Ja. Scharpen ist knockback, willst du mich verarschen? Ja, mach' ne uich, mach' ne uich. Ne, knockback ist scheiße. Ja. Ich hab auch Power 2. Nur die Sachen, nur die Sachen. Oh, stimmt. Warte. Nein. Oh, egal, 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 egal ist mein Schwert. Alles gut. Nies Folge, eigentlich. Alles nehmt noch? Ok. Freck. Ach, wir müssen wieder... Ok. Per whatever. Per was, Leute. Gut, Leute. Das war's mit der dritte Folge. Und wir sehen uns vom Jahr. Ciao. Ciao.